Willkommen bei Janos Moratti, bei den exotischen Pflanzen zu vermehren und wie es weitergeht. Und bei den heimischen Sachen zu vermehren und wie es weitergeht. Schaut in die Videobeschreibung, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch, TikTok. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Und schaut Kanal-Info, da ist mein Alter und mein Geburtsdatum. Und heute, da haben wir eine einzige Tomate entpflanzen, wegen ich habe heute stressiger Tag. Sowas mit durchumkehren, entpflanzen am Abend. Wieder Erde rausgeflogen. Die wertvolle Erde, da haben wir Etikett-Tomate. Da ist was noch was gekämpft, Tringelblumen. Lustig, lass ich. Morgen kriege ich mein Mikrofon. Jetzt muss ich Erde holen. Ich komm gleich. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt habe ich Erde geholt. Schöne Erde. Schaut so aus. Jetzt zeige ich euch, wo die stehen. Da stehen die Tomatenpflanzen, was wir schon gemacht haben. Diese haben wir jetzt gerade gemacht. Nehmen wir so ein Stecken. So ein Stecken. Stecken wir hinein. Gießen wir gleich an. Da haben wir die Tomaten noch. Und da haben wir noch die Tomaten. Und Paprika, Chili, Pfeffaroni, Melanzani, Fusalis, Tomaten und Fusalis. Tschüss Leute, abonniert meinen Kanal, daumen hoch, schaut in die Videobeschreibung, schreibt es mir gerne in die Kommentare und schaut das Kanal-Info vorbei. Bis zum nächsten Video.